So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut. Das nächste Video aus der Spieleburg. Ich bin mal gespannt, wie viele noch kommen, wie lange die Krise noch gehen wird. Bald haben wir den ganzen Laden gezeigt, aber noch nicht alles. Das haben ja auch schon ein paar Leute gesagt, mach doch mal so einen Rundgang, so eine Rundtour. Das machen wir wahrscheinlich auch noch. Momentan ist hier noch relativ viel, also was heißt Chaos, aber hier stehen einfach auch zum Glück gerade relativ viele Stapel mit Spielen, die noch verpackt und verschickt werden müssen. Und also super, super großes Dankeschön an alle, die halt ganz fleißig mitbestellen. Und weil, wie gesagt, normalerweise würde die Spieleburg gerade null Umsatz machen, weil halt kein Onlinehandel regulär und nur so die normale Lauf- und Stammkundschaft und ja, es ist halt super, super hart. Und daher auch von mir persönlich nochmal ein großes, großes Dankeschön. Ich selbst habe da finanziell überhaupt gar kein Interesse, deswegen läuft das hier auch irgendwo unter Dauerwerbesendungen umbezahlt. Mir geht es einfach nur darum, dass es halt die Spieleburg nach der Corona-Krise noch gibt und ich auch hoffe, dass es allgemein nicht so viele Läden treffen wird, dass sie halt die Pforten dauerhaft schließen müssen. Und wenn ihr jetzt eben halt bei euch in der Stadt keinen Laden habt, wo ihr sich auch in der Form irgendwie einfach per E-Mail hinschreiben könnt, die liefern euch das dann und ihr sagt, hey, ich will mir gerade ein neues Spiel kaufen, dann freut es mich natürlich, wenn ihr hier reinguckt und hier vielleicht was findet. Heute geht es so um den Bereich, der hier rumsteht. Das sind quasi so Restposten-Sonderangebote, sprich Spiele, von denen die Spieleburg nicht mehr so viele da hat, die dann auch teilweise eben zu einem sehr guten Preis rausgehauen werden. Und da gibt es eben auch nicht mehr so viele von. Also kann sein, dass es manchmal von manchen Exemplaren nur noch zwei, drei Stück gibt. Manche Spiele sind auch ein bisschen häufiger da, das seht ihr dann. Also tatsächlich, bei Shutterstone war das ja auch so, auch eigentlich ein super krass bekanntes Spiel, wo dann auch ein paar Anfragen kamen, das ging dann auch weg, aber da haben jetzt auch nicht 50.000 Leute nachgefragt. Von daher hoffe ich mal, dass sich das hier auch gut verteilt. Und hier ist eben auch wichtig, im Gegensatz zu den ganzen anderen Videos, wo ich immer über die Spiele geredet habe, die ich größtenteils schon kannte, hier habe ich manches von gespielt, einiges aber auch nicht. Da geht es dann einfach darum zu zeigen, guck mal, das ist da, das ist der Preis. Und dann könnt ihr ja vielleicht, ne, sagt ihr ja, oh, das wollte ich schon lange haben und jetzt ist es interessant für mich. Ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal an. So, hier dann Pandemic Legacy Season 2, da habe ich ja auch schon in einem anderen Video zu was erzählt. Ich habe auch da ja ein Video gemacht, wenn das alles komplett live durchgespielt. ist ein super, super, super cooles Ding, mit auch eines der besten Legacy-Spiele, zusammen mit Pandemic Legacy Season 1 zum Beispiel. Drunter und drüber, das war Spiel des Jahres 1991, also tatsächlich manche von denen, die jetzt hier zugucken, waren da noch gar nicht geboren. Ich, also mich gab es ja schon ein paar Jahre, ich habe es auch nicht gespielt, ist auch ein Spiel von Klaus Teuber, soll ein ganz gutes Spiel sein. Ich persönlich habe es noch nicht gespielt, aber so sieht das Ganze dann von hinten aus, wie gesagt, ne, Spielrückseiten sind immer toll, wenn sie das Spiel einem aufgebaut haben, weil wenn man es dann gespielt hätte, könnte man immer daran ganz gut erklären. Wichtig ist hier eben, Klohäuser sind kriegswichtige oder schildbürgerwichtige Infrastruktur, wenn die überbaut werden oder überbaut werden sollen oder irgendwas in der Nähe überbaut wird, dann gibt es immer irgendwelche Abstimmungen, wo man dann sagt, ja, bitte das hier überbauen, hier nicht. Und man weiß immer am Anfang nicht, welche Gebäudeart bringt jetzt mal Mitspieler irgendwelche Extrapunkte. Das kristallisiert sich halt so nach und nach im Spiel raus. Also ein schönes, sehr interaktives Spiel, also nicht so einfach nur neben und dann her spielt, sondern wo man immer auch genau guckt, was machen die Mitspieler, wie stimmen die ab, bauen die hier so eine Nähkarte oder eine Nähkarte, die dann nochmal besonders großen Einfluss hat. Also, ja, wenn man so ein bisschen auf, sag ich mal, gut gemachte Retro-Spiele steht, da gab es ja auch letztens einen Beitrag von einem ehemaligen Spiel des Jahres, Jury-Mitglied, wo ja auch die Spiele, Autoren, Kunst aus den 90er Jahren sehr gelobt wurde. Das kann man sich dann da nochmal angucken. Dann haben wir hier, das ist auch ganz interessant, ich weiß gar nicht, ob das viele von euch kennen, Agricola ist ja ein super, super cooles Spiel und keine Sorge, das Ding kostet jetzt nicht 60 Euro, das alles hier kostet 60 Euro. So, das sind einfach Spielfiguren, Miniaturen, die man dann statt dieser Holzmarker nehmen kann, wo eben auch nochmal so ein extra Kartendeck bei ist und die gibt es halt in verschiedenen Spielerfarben. Die haben original, als ich das erste Mal hier im Laden gesehen habe, pro Set 25 Euro gekostet. Es gibt insgesamt sechs verschiedene Sets mit sechs verschiedenen Spielerfarben und die könnt ihr euch jetzt halt alle im Bundle, wenn ihr wollt, für 60 Euro holen, statt halt ursprünglich mal 150. Das ist also durchaus auch eine spannende Sache für alle, die ihr Agricola nochmal ein bisschen pimpen wollen. Apropos Agricola. Hier wieder die Familienversion, zu der ich auch schon ein bisschen was gesagt habe im letzten Video. Einfach das komplexe, große Agricola ein bisschen runtergebrochen, immer noch ein interessantes Spiel, aber mit nicht ganz so vielen Dingen, die miteinander verzahnt sind. Ist auch ein Spiel, das man locker schon mit Achtjährigen spielen kann, wenn die gerne spielen. Und da gibt es hier dann eben auch noch die Erweiterung zu, die meines Wissens nach auch fürs Große eher gedacht sind. Also hier gibt es dann noch das Belgien-Deck, das Frankreich-Deck für jeweils fünf Euro. Hier oben steht drauf, God of War habe ich ja auch schon gespielt. Einmal nur eine Proberunde. Ich habe es mit Leuten gespielt, die totale God of War-Fans waren. Die haben gesagt, es ist thematisch auf jeden Fall echt gut umgesetzt. Das heißt, ich müsste es glaube ich nochmal spielen, um mir ein finales Urteil dazu zu erlauben, aber gibt es dann hier eben auch für 29 Euro. Dann haben wir daneben, ich hoffe, das ist gerade noch im Bild, genau, die Fürsten von Katan. Das sind einfach nur die Erweiterung. Goldene Zeiten haben wir hier und die finsteren Zeiten stehen gerade im Kopf. Also wenn ihr da noch irgendwie das Grundspiel habt und jetzt sagt, okay, ich hätte gerne auf jeden Fall die Erweiterung dazu, gibt es die hier auch, genau wie Mandala hatten wir auch schon im letzten Video drin. Für 16 Euro auch ein sehr schönes Zwei-Personen-Spiel. Dann Bongo. Wenn man was kleines zum Verschenken sucht, vielleicht ganz spannend. Habe ich noch nicht gespielt. Wie man schon sieht, irgendwas mit Würfeln, Symbole sammeln. Normaler Verkaufspreis war mal so um die 14,95 Euro, jetzt halt für 4,50 Euro. Genau wie Luther. Wir hatten ja vor kurzem das Lutherjahr. Da gab es dann so einige Spiele mit dem Luther-Thema. Das hier ist tatsächlich ein Quizspiel. Das habe ich auch gespielt. Wo sich die Fragen nicht nur um Luther drehen, sondern eben auch allgemein um Kirche. Da ging es dann teilweise auch um irgendwelche Kinofilme oder um alles mögliche. Also da war ich echt ganz positiv verrascht von. Da musste man jetzt nicht nur so ein Bibelfreak sein, um da einigermaßen gut drin sein zu können. Wobei dieses Punkte-Ding hier auf der Rückseite, das hat es ein bisschen an das Leiterspiel erinnert. Osaka, jetzt glaube ich zum dritten Mal in einem Video. Vielleicht soll ich es einfach nochmal spielen, bevor es im nächsten Video wieder irgendwo auftaucht. Ich weiß nicht, woanders dann immer hinschummelt. Woanders dann immer versteckt, dass es auf einmal auftaucht. Ja, und dann auch hier eine ganze Reihe von Spielen, die ich nicht einmal gespielt habe. Dementsprechend könnt ihr hier auch einfach nur sehen, Spiel und Preis. Zum einen Candy-Match für 3 Euro. Auch so ein Spiel in einer kleinen Schachtel von Pegasus. Dann haben wir hier Kimono von Zoch zum Spielen. Das habe ich, glaube ich, mal verlost, ohne es aber selbst gespielt zu haben. Hier ist Morea für 8 Euro von DLP Games. Dann haben wir hier noch Chickwood Forest für 9 Euro. Wir haben hier, sehr lecker. Ich bin ja gerade nicht wirklich auf Diät, sondern in einem Ernährungsprogramm, wo tatsächlich Burger auch gehen. Weil mit 16, 8 Fasten kann man in den 8 Stunden einigermaßen essen, was man will. Man sollte jetzt nicht ständig Burger essen, aber es geht auf jeden Fall. Und das ist dann halt Burger vs. Pizza. Das Duell, okay, Spielmaterial. Ich weiß nicht, ob das wirklich das Spielmaterial ist, oder falls ja, spannend. Also auch da gilt, wenn ein Kimono von euch das schon gespielt hat, schreibt da gerne mal was zu. Und dann haben wir hier noch Metallum, die deutsche Ausgabe für 9 Euro. Auch so ein, das sieht schon eher nach ein bisschen mehr Strategie aus, also so einem größeren Spiel. 45 bis 60 Minuten, auch für genau zwei Personen. Wenn ihr also was Schönes relativ preiswertes für zwei sucht, guckt euch das doch mal an. Hier seht ihr noch den alten Preis. Ist dann schon deutlich runtergegangen. So, dann Manitoba. Habe ich auch nicht gespielt von DLP. Die haben ja auch immer eher anspruchsvollere Spiele. Dementsprechend, wenn man sich hier mal das Material anguckt, man baut hier so Landschaften, hat hier irgendwelche Aktionen, die man machen kann, will da die meisten Punkte haben. DLP macht ja auch meistens so schön gut verzahnte, mindestens Kennerspiele, oftmals auch Richtung Expertenspiele. Genau wie Valparaiso, ich glaube, die sind tatsächlich beide gleichzeitig rausgekommen, habe ich beide nicht gespielt. Auch da haben wir hier so eine Karte, wo wir mit Schiffen rumfahren und dann irgendwie Punkte machen. Kosten dann beide 25, statt der reguläre Preis, der mal bei beiden bei 50 lag. So als Ladenpreis. Ikuatsu, ja, das habe ich auch mal gespielt. 10 Euro ist, glaube ich, ein ganz guter Preis für. Ist dann auch eher so im Familienbereich. Hier ist auch, ne? Die ganz kleinen eher nicht, aber dann, sobald sie ein bisschen größer sind, frag mich nicht mehr, wie es ging. Gibt es bestimmt auch noch ein paar Videos zu. Und dann eine Reihe, wo ich es sehr schade finde. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Schlag den Raab. Und jetzt hier halt, Schlag den Raab, Kitz. Wenn ihr irgendwo Schlag den Raab seht, ich kann das immer noch als Partyspiel absolut empfehlen. Das ist richtig, richtig gut. Viele kleine Minispiele, die nicht immer super gut zu Hause funktionieren, aber größtenteils. Und das ist halt die Kids-Version davon. Und die habe ich halt noch nicht ausprobiert, weil als es rausgekommen ist, hatte ich keine Kinder in dem Alter im Bekanntenkreis. Ab 8. Mein Neffe bräuchte noch ein bisschen für, bis es soweit ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass das super gut auch mit Kindern funktioniert. Dann haben wir hier Ken Fowlet, das Fundament der Ewigkeit. Das ist das Spiel mit dem wunderschönen Spielplan, illustriert von, das muss Michael Menze sein, ja, Michael Menze. Da sieht man sofort, auch wieder das Spiel zum Roman quasi. Ich fand es auf jeden Fall gut, konnte man spielen, war jetzt nicht so übermäßig komplex. Ist halt so ein Kosmos gehobenes Familienstrategiespiel. Ich würde es mal so im Kennerbereich, im unteren Kennerbereich anordnen und den Spielplan, kann man sich auch an die Wand hängen. So hübsch ist der. Dann haben wir hier, boah, okay. Vom Gewicht her auf jeden Fall preis-leistungsmäßig das beste Spiel. Da habe ich morgen sicher Rücken. Ein Kingdoms, das Abenteuerbrett-Spiel, der Witwerwald. Auch Miniaturen, die irgendwie über so eine Karte laufen. Irgendwelche Monster haben wir. Ja, halt so ein klassisches Abenteuerspiel, wo wirklich, also da scheinbar eine Menge Holz drin zu stecken. Dann gibt es mal Widage. Da gibt es auch von mir tatsächlich ein Video zu. Das ist im Prinzip Widage, das Würfel-Draft-Spiel, wo wir dann eben auch uns immer, also ich weiß gar nicht mehr, es ist lange her, aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, vielleicht ein bisschen Richtung Machikoro. Ich hole mir so nach und nach irgendwelche Landschaftsteile und würfel dann und wenn irgendwas gewürfelt wird, dann kann ich das aktivieren. Also fand ich auch durchaus echt ganz schick damals. Dann haben wir jetzt Seafoil, das hebe ich jetzt mal nicht hoch. Ein Piraten-Legacy-Spiel, wenn euch das interessiert, dann, ja, so, im Namen Odins. Ein Spiel von, ich glaube, NKN Games, genau. Das habe ich, glaube ich, auch mal so als Prototypen angespielt, aber auch so ein Burg-Event, wo es super laut war und die Konzentration weg war. Da bin ich, glaube ich, irgendwie mit Kopfschmerzen ins Bett gegangen. Es lag nicht am Spiel. Das lag eher daran, dass es da halt so krass laut war in diesem kleinen Raum. Schmuggler, das ist doch, glaube ich, das Spiel mit intelligenter Knete. Genau. Da gibt es auch ein Video von mir zu. Kostet jetzt nur noch 10 Euro. Ist, glaube ich, auch so 3, 4 Jahre ungefähr alt. Auch eher so wirklich Richtung Familienspiel angesiedelt. Einfach so nett mal was runterspielen. Hierzu kann ich gar nichts sagen. Schüttelt es. Da, ja, man schüttelt es wahrscheinlich. Also, okay, Mensch, ärgere ich nicht. Figuren, die aus dem Becher geschüttelt werden und dann hier irgendwo auf dem Plan platziert werden für 10 Euro. Und dann Captain Silver. Das war tatsächlich, soweit ich weiß, auch mal nominiert zum Kinderspiel des Jahres. Auch mit einem Beutel. Da hat dieses Spiel Arkham Horror auf jeden Fall schon was voraus. Dann haben wir hinten noch mal Movie Empire. Da habe ich auch im letzten Video schon mal mindestens einmal was zu gesagt. Ich habe es gesagt, noch nicht gespielt, aber hat halt auch so ein bisschen, so wie ihr es von Manschkin kennt, hat auch witzige Karten mit dem Filmthema. Scheint nebenbei so eine Art Worker Placement Setzammelspiel zu sein. Die Baumeister. Das steht auch netterweise alles drauf. Verwaltung, Optimierung, Worker Placement in so einer schicken Metallschachtel. Und dann noch, hey, danke für den Fisch. Das ist auch mindestens schon zehn Jahre her, dass ich das mal gespielt habe. Aber wir haben halt so Pinguine, die auf so Scheulen rumlaufen, immer zu den tollen Fischen hinwollen. Aber dadurch verschwinden halt die Scheulen immer. Das Spielfeld wird immer kleiner und man sollte halt möglichst nicht in dem Bereich sein, wo dann nachher wir vom Rest abgeschnitten sind und man dann nicht so viele Punkte bekommt. Also das fand ich, ey, das fand ich super, super gut. Das einzige Problem war ein bisschen der Aufbau. Das hat teilweise nicht ganz, aber fast so lange gedauert, das aufzubauen, wie es zu spielen. Aber wenn man, ich glaube, wenn jeder weiß, wie es geht und alle ein bisschen mithelfen beim Aufbauen, dann ist das auch ein bisschen schneller. So, dann sinken wir mal auf die zweite Ebene und da geht es los mit den Korsaren der Karibik, die hoffentlich noch nicht abgetaucht sind. Im Bundle mit der Erweiterung, ich habe das leider, leider noch nicht gespielt, ist ja auch so ein Sandbox-Spiel, wo wir quasi so ein Piratenschiff haben und dann durch die Gegend schippern und ja, alle möglichen Dinge wahrscheinlich machen können, vielleicht auch die anderen Leute angreifen. Nachdem ich ja dieses Star Wars Sandbox-Spiel neulich gespielt habe, bin ich da mega heiß drauf. Ich habe noch Zaya zu Hause, das will ich spielen und Korsaren der Karibik reizt mich mittlerweile eigentlich auch ziemlich. Welt des Gartens, das Quiz für Gartenliebhaber, ich glaube, jetzt sind ja eh die Leute noch mehr im Garten als ohnehin schon, also wenn da Leute kennt, die sich da ganz viel beschäftigen, sicher auch eine nette Geschenkidee. Viva Yava, kenne ich nicht, auch irgendwie scheinbar so ein Strategiespiel mit Würfeln, auch ursprünglich mal 25 Euro, jetzt 8,50 Euro. Gar nicht so krass günstig ist GoGo Gelato und ich kann auch vollkommen nachvollziehen warum, weil dieses Spiel einfach super, super, super gut ist. Also man muss ja diese farbigen Eiskugeln in diesen Bächen aufeinander stapeln, ohne sie anzufassen. Ja, also ich trenne mich immer wieder sehr schnell von Spielen, auch gerade von solchen kleinen, kurzweiligen Spielen, aber das Ding ist einfach super, super witzig. Hat das auch, glaube ich, auf der letzten Weihnachtsfeier im Kino dabei und auch da wurde das, glaube ich, eine Stunde gespielt, trotz schon ein bisschen Alkohol. Also das war super, super witzig. Das kann ich euch nur sehr empfehlen. Guckt euch das mal an, wenn ihr solche Hektik-Eisspiele mögt. Dann kommen wir mal wieder zu einem Kallax, wo ich den Großteil der Spiele nicht gespielt habe. Starfighter, auch hier irgendwie so Weltraum, Planeten, Raumschiffe. Hätte mich auf jeden Fall so als 10-Jährigen mega abgeholt. Und dann Charit Race, das habe ich tatsächlich gespielt. Ist aber auch schon wieder vier Jahre her. Im Prinzip so ein Wagenrennen-Spiel, wo wir eben halt auch mit Würfeln unsere Aktionen bestimmen. Immer gucken, gehen wir ein Risiko ein oder nicht. Man kann auch tatsächlich anderen Leuten irgendwie ein bisschen wirklich, na nicht, Sand ins Getriebe werfen, aber irgendwelche Hindernisse hinwerfen und wird einfach derjenige sein, der am schnellsten ist. Das fand ich eigentlich auch ganz schick. Simsala Bum, das habe ich auch vor Jahren mal gespielt, aber auch nur so einmal ausprobiert. Hat eben auch so diese generelle Mechanik, die wir aus Hanabi kennen. Ich kenne die Steine, nicht die vor mir stehen. Ich muss dann halt irgendwie im Spielverlauf rausfinden, was das so für Steine sind. Ist so ab 8 Jahren empfohlen, 20 bis 30 Minuten, auch eher seicht. Und Sortivity sehe ich hier auch schon immer rumstehen, aber habe ich noch nicht gespielt, aber wahrscheinlich wird man es einfach anhand, also hier schon, reihe diese Tiere nach ihrer Lebenserwartung. Damit weiß man wahrscheinlich schon, wie das Spiel dann läuft. Hier zum Beispiel so eine Quizfrage, ordne diese Bauten nach dem Jahre Fertigstellung. Eiffeltor, Empire State Building, Golden Gate Bridge, Brandenburger Tor, Wiener Staatsober. Das sollte man hinkriegen, muss man aber nicht zwingend. Shibalba hatte ich auch schon mal in einem Video drin, habe ich auch tatsächlich meine Prototypen von gespielt. Ist auch so ein bisschen, so Post-Apokalypse, wenn euch das so thematisch interessiert, könnt ihr euch da das Spiel angucken. Hannibal, da gibt es nicht mehr so viele von da, also bei allen Spielen geht ja immer begrenzte Mengen verfügbar, aber das ist auch ein sehr, sehr guter Preis. Ist halt ein Spiel, also wenn euch das interessiert, guckt euch da wie vor vorher Rezensionen an. Da muss man Zeit reinstecken, bis man das drauf hat, aber ich glaube, dann ist es ein sehr, sehr, sehr cooles Spiel. Ich hatte bisher noch niemanden, der sich mit mir zusammen diese Zeit nehmen wollte. Seven Steps gibt es auch noch ein paar von, ich weiß nicht, ob da noch mehr im Keller von sind, wahrscheinlich nicht, werdet ihr sehen, wenn ihr das so anfragt. Auch so ein abstraktes Spiel, wo wir halt hier immer so quasi Treppenstufen mäßig nach oben kommen wollen, bis wir halt irgendwie auf die siebte Stufe kommen. Auch hier diese Kategorie von Spiel, die auch gerade hier in der Spieleburg Weihnachten eigentlich immer sehr gut geht. Abstraktes Spiel, hat man schnell erklärt, schnell verstanden, kann man mit jedem spielen und ich fand das damals auch, also da gibt es auch definitiv ein Video von mir dazu, wo ich einmal angucken könnte, wie das so funktioniert. Boom, Bang, Gold, nicht gespielt, aber, aha, Dynamit-Gate, also vom Spielmaterial sieht es auf jeden Fall hübsch aus, ist halt auch, ne, von Haber, sprich Haber 2 bis 4 Spieler, 7 bis 99 Jahre und sagen wir gar nichts tatsächlich, muss ich mir vielleicht auch mal näher angucken. Und dann haben wir sogar ein lecker bisschen von Spielworks, Sola Fide, die Reformation, das Spielwork-Spiele zeichnen sich auch immer dadurch aus, dass die ein bisschen anspruchsvoller sind, dass die ein bisschen Zeit brauchen, um sich da reinzuarbeiten. Ich glaube, das hier ist tatsächlich eher ein bisschen auf der seichteren Ebene, was man auch sieht, 45 Minuten, ist ein reines Zwei-Personen-Spiel, also wirklich so One-on-One. Habe ich auch noch nicht gespielt, kam glaube ich auch vor drei oder vier Jahren auf das Spiel raus, würde ich mir tatsächlich eigentlich ganz gerne noch mal angucken, weil es eben auch nicht so mega lange dauert. Ich glaube, ich würde das tatsächlich ein bisschen von der Spielregel abhängig machen. Dann Kingsport Festival, ein Spiel für Lovecraft-Fans. Da gibt es auch ein Video von mir dazu, das ist ja auch schon sechs Jahre alt. Ich glaube, ungefähr zu der Zeit habe ich es auch das letzte Mal gespielt. Ich fand es auch, glaube ich, ganz schick, hier hätten sie mir auch, drei bis fünf Spieler, sehr strategisch, nicht so sehr für Glückspilze, Lovecraft-Fans, Xetudo-Anhänger und kostet 19,50. Also da würde ich mir auch, also ich stehe ja auf dieses Tudo-Thema. Es ist so, dieses Setting, diese Zeit mag ich total gerne, wenn das noch irgendwie in ein gutes Spiel umgesetzt wurde und auch wenn es nur als draufgekatschtes Thema ist, wenn man das irgendwie so ein bisschen merkt, dann allein da ist ein Soundtrack angucken, anhören, anmachen aus den irgendwie 20er Jahren, so ein bisschen Ostküstenmusik ist immer ganz cool. Auch eine sehr interessante Idee ist tatsächlich The Battle at Campbell's Cascade. Das ist so ein bisschen diese Videospiele von früher, wo die Gegner quasi immer so vom Bildschirm her von oben nach unten kommen. Wir müssen die halt irgendwie abschießen, nicht unten anstoßen. Ich glaube, hier fliegen wir dann eher so seitlich durch den Level durch und der Level scrollt halt immer und wir müssen da irgendwie durchkommen bis zum Endboss, den dann besiegen, so in die Richtung geht. Das fand ich auf jeden Fall eine super coole Idee und hier dann auch ziemlich günstig zu haben. Und das letzte Spiel für heute ist dann Space Cadets, es gibt ja Space Cadets und Space Cadets Dice Duel. Dice Duel ist ja dieses Hektik-Team-gegen-Team-Spiel, wo wir versuchen müssen, gegenseitig das Raumschiff dann das Anderen in die Luft zu jagen. Und das Ding hier ist ein Koop-Spiel, wo halt jeder so eine eigene Station auf dem Raumschiff hat und da halt in der begrenzten Zeit irgendwelche Aufgaben erfüllen muss, um seine Aktionen triggern zu können. Ich habe die Version leider auch noch nicht gespielt, aber das war dann einmal ein Überblick über weitere Angebote aus der Spieleburg. Wenn was für euch dabei ist, dann wie gesagt einfach eine E-Mail schreiben und ich sage vielen, vielen, vielen Dank an alle, die etwas bestellen. Das waren jetzt auch erstmal alle von diesen Spezialstapeln, die es hier so gibt. Ich weiß nicht, ob Arne einfach jetzt vielleicht noch welche hinzaubert, aber ich bin einfach mal gespannt, was wir in den nächsten Videos noch zeigen. Er sagt, ich habe aktuell noch vor, hier einmal so die Wand mit den ganzen thematischen Spielen zu zeigen, dann da hinten noch mal so ein bisschen die Ecke mit den, sage ich mal, Normalo-Spielern. Da hinten, also hier haben wir noch das Rollenspielregal. Also man kann ja noch so ein bisschen was zeigen. Ihr könnt ja auch mal schreiben, ob ihr noch was sehen wollt. Vielleicht machen wir noch mal so eine richtige Ladenrundgangstour, aber wie gesagt, guckt da mal in meinen 7000er-Spezialvideo. Da seht ihr einmal den ganzen Laden von vorn nach hinten und erfahrt noch ein bisschen was über meine Story. Wie bin ich vom einfachen Spieler, der zu Hause Siedler und Carcassonne gespielt hat, hin zum Ritzen-Senden gekommen, der irgendwie 400 Spiele im Jahr spielt und da dann auch Videos zu macht. Und dann danke ich recht herzlich fürs Zugucken, sage bis bald und tschüss.